hallo herzlich willkommen zu einem weiteren video bei modellbauernürberg heute packen wir mal was kleines besonderes aus und zwar ein 1 zu 16er truck den gibt es ja schon häufig jetzt zu sehen diesen military truck ihr sehen könnt macht mir schon echt was her bisschen holzoptik ist natürlich allerdings nur karton wir haben zwei farben bestellt also alle beiden die es gibt und ja wie man sehen kann sein passant wohl ein bisschen beschädigt hier unten aber es sollte noch im warmen sein bestellt wurde bei gearbest irgendwie über dieses deutsche warenhaus oder wie auch immer dass man eben kein zoll sein muss finde ich sehr schön bei gearbest kam also doch noch alles vor weihnachten an gearbest hat uns nämlich schon so eine e mail geschickt dass wohl lieferverzögerungen derzeit im umlauf sind weil natürlich weihnachten ist und die paketdienste alle voll überlastet sind hätte uns auch nicht gestört aber wenn es jetzt schon da ist umso besser die sind hier noch mal zwei alle zusammengeklebt mit so einem durchsichtigen taser film band damit sie aneinander gehen die haben ist wohl dieser im schwarze bzw grüne drin und hier haben wir einmal diesen gelben bzw weißen hier sind auch bisschen so die daten die kleine fernsteuerung die lenkung ist nicht proportional das bedeutet man kann entweder voll oder gar nicht einlenken das habe ich schon gesehen und ja wir werden den die trucks dann nach einer kurzen zeit schon umrüsten da folgen dann natürlich auch weitere videos hier kann man gut sehen military truck auch auf chinesisch oder japanisch daneben machen wir mal auf die kartons ihr sehen könnt haben wir schon hier den einen bisschen geöffnet jetzt kann man hier einfach schön den truck rausziehen schaut wirklich schlecht aus hier ist gleich ein beilage zettel alles auf japanisch oder chinesisch hier ist die englische beschreibung das ist schon besser schauen wir mal was so alles da drin hier haben wir schon mal zwei ersatzblatt federn einmal den truck und wie man sehen kann also ich persönlich mag das design wirklich sehr auch ziemlich gut zu funktionieren also für den preis von ungefähr 35 euro oder sowas inklusive versand ja die lenkung ist natürlich naja also da muss auf jeden fall tuning reinbauen aber das charse selbst finde ich ziemlich schön gemacht ganz normale c kanäle hier das leiterrahmen charse eigentlich wie von 1 zu 10 abgemacht in den 1 zu 16 natürlich nicht ganz so hochwertig und so weiter aber im großen und ganzen wirklich sehr schön auch mit diesen rücklichtern und eine anhängerkupplung ist auch so angedeutet hier so dieser ring ja wirklich ein schönes teil dann ist noch ein usb ladekabel dabei natürlich hier noch die fernsteuerung jetzt schauen wir mal unter die haube da ist der akku drin sehr schön den tun wir gleich raus das sind 5 AA akkus nebeneinander einfach ja ganz normales akku pack sage ich mal aufladbar wie gesagt über diesen usb lader schauen wir schauen ruhig mal hier rein wie viel platz da ist da passt der akku wirklich exakt rein also größer wie die abmessungen von diesen akkus sollte zum beispiel ein lipo akku nicht sein weil sonst gibt es probleme in der höhe geht es ein bisschen höher aber nicht viel also ja ich messe den akku natürlich für euch mal aus den hier und schreibt dann in die beschreibung wie groß der akku ist dann könnt ihr natürlich auch lipos zum beispiel reinhauen wenn ihr auch das modell kaufen wollt so jetzt haben wir beide trucks ausgepackt das grau ist es habe ich jetzt bemerkt naja grau ja schaut auch nicht schlecht aus die reifen sind übrigens nicht verklebt abwerk das finde ich schon mal gut kann man auch dann andere felgen und reifen drauf machen wobei ich sagen muss die passen natürlich sehr gut zum design von so einem militärtruck ansonsten ist alles exakt baugleich natürlich wie bei den beigen wirklich hübsch der hat ebenso wie der andere hoffe ich den akku unter der haube genau hier seht ihr nochmal gut da ist wirklich kein platz mehr drinnen für größere akkus nach vorne hin zur motorhaube hat man vielleicht ein bisschen mehr platz wenn man hier mit einer zange oder so dieses schwarze teil raus bricht dann hat man nach vorne hin ein bisschen mehr platz allerdings braucht man hier noch ein bisschen platz wie man sieht für die stecker in der höhe wie gesagt hat man ein paar millimeter schon mehr platz 2 3 aber höher dürfte der akku dann nicht sein weil wir werden wie gesagt die dinger umbauen und wahrscheinlich kommt dann auch ein lipo akku rein und so weiter im prinzip war es vom unboxing schon von unseren zwei militärtrucks schaut wirklich super aus funken sind natürlich auch dabei sind natürlich ganz normale ziemlich billige allerdings die lenkung ist schon sehr minderwertig muss man sagen ist nicht mal richtig festgeschraubt obwohl sie bloß eine schraube ist aber okay die kann man ja nachziehen ist ja kein problem ansonsten ein aus geht die funke trimmen kann man nicht die trimmung erledigt man nämlich hier einfach ganz normal wie bei dicky auto sag ich mal einfach an diesen schalter dann dagegen trimmen und dann aus ebenfalls hier unten jo bin echt mal gespannt wie er so fährt abwehrt wir laden jetzt mal die akkus auf machen danach ein paar video und jo dann sehen wir uns wieder ciao